Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun Heyday, heute wieder mit Heyday Musik und wir sind zurück vom 24, äh vom 7 Stunden Livestream, hier hat es schon fast gesagt 24 Stunden Livestream, nein vom 7 Stunden Livestream sind wir zurück, das war ein mega geiler Stream, eigentlich wie jeder andere auch, aber der war noch geiler wegen dem LKW Event, der hat eben nochmal einen kleinen äh, kleinen Tropfen oben drauf gegeben und falls ihr den verpasst habt, werde ich den am Ende des Videos, äh, verlinken und auch in der Videobeschreibung, also falls ihr den verpasst habt, müsst ihr unbedingt nachholen, den letzten Stream, okay, wir werden hier LKWs abschicken und die Farm managen, ich habe auch schon wieder die ersten 100.000 des neuen Levels wieder geschafft, unfassbar wie schnell das geht, okay, hier machen wir erstmal Fude für die Tiere, Ziegenfutter habe ich leider nicht, aber ich habe genug Hühnerfutter für die Hühner, deswegen kann ich die schon mal auf jeden Fall füttern und, ähm, ich habe auch Sojabohnen und Karotten angefangen, sie müssen eigentlich auch fertig sein, ich werde jetzt gleich auch noch zum Angelbereich gehen Hallo Äh, Aces Immer diese Hühner, die verstecken sich immer, kennt ihr das auch, die Hühner verstecken sich, ich treffe sie nie, beziehungsweise sehr selten Und hier habe ich Schokopopcorn gemacht, seltenes Bild, seltenes Bild, ich weiß Ähm, aber Ich brauchte das, weil ich habe es einfach nicht in der Zeitung gefunden und ich wollte das produzieren Zack, 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 Sahne Erdbeereis Zack, zack Weißer Zucker, rein Renn mit dem Shit Erdbeereis Und, ja, ich würde sagen Bananensplit Wräuchte ich eigentlich auch, dann machen wir einen Bananensplit Muss ich noch High schreiben Und Dominic helfen Hola Ich gebe jetzt auch hier meine Bäume frei Ich habe ja letztens alle Bäume freigegeben Die Bilder auf Instagram folgen noch oder sind schon da Äh, eins habe ich glaube ich schon hochgeladen Ich wollte hier nicht gleichzeitig hochladen Ein bisschen Fett halt So Können wir jetzt ein bisschen Weizenfarming machen, oder? Wie sieht es aus hier? Mit meinen Rohstoffen Müssen nochmal von jedem 150 am mindestens Ja, zu 100 sogar Ja, dann brauchen wir ein bisschen Weizen Ein bisschen Weizen Hufu, Schäfchen Peters, komm jetzt in der Lerhof Ah, ja Okay Oh, nein Ah Wir müssen das Ausrufezeichen-Ding finden Schnell Aha Gefunden Sehr gut Hier kann ich eigentlich Karottensaft machen Oh Ja, machen wir auch Brot Broti, Broti, Broti Das rein, Himbeer Marmelade rein Brommermarmelade Hier würde ich eigentlich am liebsten Fischburger machen Aber ich habe noch nicht so viel Brot dafür Dann machen wir erstmal Hummerspieß Grillzwiebel Eins davon, dann machen wir noch zwei Fischburger Aber davon muss ich erst angeln gehen Denn ich brauche Fisch Fisch Endchips Fies Und Snaps Fies Und Snaps Das ist mit den Fischernetzen schon geil Würde ich auch empfehlen Auf jeden Fall auf Fischernetzen zu gehen Aber es ist auch je nachdem Wie er das macht Man kann natürlich auch auf Enten gehen und so Ich würde einfach eine Farm mit Hummer machen Eine Farm mit Enten Meine zweite Farm wird jetzt auch so langsam Enten anbauen Dann muss ich jetzt mal so langsam Ich weiß gar nicht wie weit der ist Muss ich mal gucken Ich war schon ewig nicht mehr mit dem Mangelbereich Mit dem zweiten Obwohl der die immer Fischfilet macht Fischfilet ist eigentlich auch gar nicht so schlimm Aber das könnte ich wieder mit einer Weiteren Farm machen Dann bräuchte ich aber wieder ganz viele Landsachen Um den Sand zu erweitern Eigentlich nur sechs Das reicht Wenn ich sowieso ne Fischernetze mache Oder fünf Je nachdem wie viele Fischernetze da machen kann Muss ich mal gucken Wo ich mach eigentlich mit diesem hier Fischfilet Von daher wird das eigentlich reichen Mit der zweiten dann Ich weiß nicht Muss ich nochmal drüber nachdenken Wenn ich noch so eine weitere Federnposition hätte Wäre schon geil Ich müsste mir die paar von meinem Bruder Von meiner Oder von der Freundin von meinem Bruder abluchsen Die spielen ja nicht mehr Dann könnte ich auch Ne Entenfedernproduktion auf Ich musste mal fragen Gibst du mir deine Farm? Fragezeichen Meckes Meckes Wie geht's euch denn so? Wie fandet ihr denn das Wetter? Oder wie findet ihr das Wetter? Ist das nicht mega geil? Kriegt man da Kriegt man auch sofort einen Testosteronüberschuss? Irgendwas kriegt man dann Weiß ich nicht Vielleicht auch Hautausschlag Aua Warum? Aua Wie geht's alte Säge? Lange nicht gesehen Die sehe ich so selten im Shit Diesmal Vor nachts on Und vor nachts bin ich selten on Also vor nachts heißt Ich kann auch Fischsuppe machen Das ist auch cool Machen wir erstmal Und dann Fischburger Ach man Jetzt muss ich auf ein Brot warten Okay Sahnetorte Sechs Stück Direkt In your face Alte Raupe Ich bin doch gar nicht alt Bei der Wutze Wutze Ich kann ein paar Bananen ernten Frei Haus Ohne dass der Baum stirbt Yeah Ach scheiße Ach Mist Ähm Ich wollte die Bäume eigentlich Ein Kumpel geben Aber das hab ich grad Dezent vergessen Dann muss ich ihm andere geben Ich hab bestimmt noch irgendwo Welche hier rumfliegen Irgendwo hab ich immer Bäume Zum Beleben Da ist zum Beispiel einer Okay das sind Tote Tote Honigbüsch Oh man Dann treff ich das Loch nicht Ich kann ja Oh zweimal Ich kann ja das Loch nicht treffen Das muss doch Routine sein Zwei Mayonnaise Neun Stück Einfach aus der Hüfte geschüttelt Dann direkt mal Meeresfrüchte Wie lange hab ich den denn schon nicht mehr produziert Warum hab ich eigentlich kein Ziegencase Das ist doch blöd Blumenschal Direkt Alle Full Schick schick Sitzen einfach auf der Terrasse und Sonnensee Ich glaub's ja nicht Na ich werd gleich auch rausgehen Ein bisschen die Sonne genießen Boah wenn ich manchmal draußen sitze in der Sonne Und dann reingehe Boah dann Ist manchmal richtig schwarz vor Augen Der ist auch Wenn ich lange in der Sonne sitze und aufstehe Wird mir richtig schwindelig Das hab ich voll oft Oder Winfried Winfeiert Ich glaub immer Winfeiert Mann Winfried sollte sich umnennen zu Winfeiert Der Winfeiert Komplett Winfeiert Oh Mann Wetter ist schön Könnte echt so bleiben Ich hab Kein Bock mehr auf Kälte Auch wenn eigentlich So Auch wenn ich Winter eigentlich so ein bisschen am liebsten mag Ist doch immer geil Wenn der Winter zu Ende ist Und freu mich immer auf Sommer Kann ich nicht so viele LKWs hier abschicken Geh das mach ich weg Drei Sushi Drei Eier Sushi Die Mine bombardiert Geht in Deckung Bam 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 Geht in Deckung Da kommt Die Cavalry kommt Wie geil ist das andert ey Bam 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 Die Cavalry Mit vollbepacktem Hosen Taschen Oder so Irgendwas Was machen wir denn hier Eigentlich würde ich Joghurt Smoothie machen Aber wir haben keinen weißen Zucker mehr Dann machen wir einfach Bären Smoothie Dann hab ich sowieso genug Erdbeeren tausendfach Millionenfach In Massen Ich hab ich nicht Was wollen die denn schon wieder hier Nein du kriegst keine Erdbeeren Die hab ich mir hart erkauft Hart erkauft Ist da am Bälle lagen Jagen Achso Ab Orkan Achso Orange nur Kannst leider auf nichts drauf gehen Wenn ein LKW kommt Das wäre da weg gewesen Das wäre Dezent Kacke gewesen Dezent Scheiße Und das Tombo eigentlich fertig Er muss wieder in Lidl gehen Er war schickes zu essen Holen Jetzt wird keine Sahne mehr Ich wollte doch eigentlich Ach jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen Oh man Oh wie viele Ecke ich abschicken kann Anwesend Punks Lass mal der Maggie nochmal 20 Orangen Ich hab 125 Orangen Ja Ach stimmt Ich hab ja alles geerntet Stimmt Ja Sollte ich eigentlich dauerhaft machen Aber dann würden irgendwann meine Segen Zerbersten Irgendwann auseinanderfallen Und schreien Bitte nicht weiter Wir sind doch nur noch so wenig Dann möchte ich den Segen vertrösten Und sagen Geh zu den Echsen Hab da ganz viele Obwohl die Echse wurden bei mir auch schon weniger Nur noch 985 Ich bin unter 1000 Aber ist auch gut zu haben Ein bisschen mehr Platz in der Scheune Deswegen werde ich da jetzt auch immer Alles ernten hier auf der Farm Was Irgendwie was mit Segen zu tun hat Die kann ich ändern Aber das sind auch so wohlzeichen Dinger Das sind auch immer so Reserve Das sind so Reserve für Kaffeesträucher Genauso wie das hier Reserve sind Für Himbeer und Brombeeren Und die sehen einfach gut aus So wie sie sind 9 Oliven Mach die Mauer da Die Mauer backt da rum Die backt da Die backt da Die backt da Nehmen wir gleich noch in die Stadt Ganz frech In die Stadt Vielleicht habe ich auch schon alle Irgendwann wieder auftauchen Äpfel Allchindle Ups Na Axt Ja so So lässt sich doch leben Na Axt Noch ein paar Erdbeeren Erdbeeren Speck und Eier bräuchte ich auch Noch mehr Speck Chili Popcorn hole ich mir auch mal Man kann ja nicht genug haben Meine Scheune ist so leer wie nie Ich habe einfach mal 700 Plätze frei Das Team hat sowas von Ressourcen gefressen Wegen den ganzen LKWs Einfach ein bisschen kaufen Ich habe keinen Pool Muss ich mir in der Dusche begnügen Bis später Maggis Ich kann nie spenden Wie soll ich welchen spenden Wenn ich nicht spenden kann Ist das nicht traurig Schon mal angegrillt Aber wenn der Samstag wäre Würde ich mir glaube auch Grillzeug holen Aber heute Sonntag Freaking fucking Sonntag Danke Für die Spende Rein mit dir Rein mit dir Scheiß Eiskaffee Was haben wir denn hier Wollte eigentlich schon in die Stadt gehen Aber ich möchte erst noch alle LKWs abschicken Aber wir können nochmal die Tiere füttern Ich möchte nochmal Bienenwachs machen Oh hey wie viele LKWs kann ich abschicken Das Pfeifen hört sich auch cool an Ach komm geh mal Ah ne die überhalte ich jetzt Brauche ich eventuell Oh Tombo Bist du bereit? Are you ready? Hier ist Zitrone dort Da muss ich da meine Scheune aufladen Und mal 100 reichhauten Die Pflanze war doch an Direkt Direkt Und reißt glaube ich Obwohl ne Teerblätter könnte ich anpflanzen Sind ja schnell fertig Das bisschen Ach hätte mir alles sendet schon sollen Ne Winfried Dankeschön Winfried Habe ich auch schon reingeschrieben Dankju Oh Gnocchi Weizen Was schon wieder Weizen Ach man warum geht das nicht Warum muss ich das immer neu einstellen Was schon wieder Weizen Das hat gepasst Was schon wieder Weizen Mein Freund Alex Ich hab nix gehört Alex hat nämlich noch zu wenig Punkte im Derby Ach ich kann ja nicht gucken Ich bin ja nicht im Derby Aber ich weiß dass er zu wenig hat So LKW Letzte Runde oder wat? Ne Noch nicht Danke für die Zitronentorte Tom Tommy Ah direkt mal wieder 4 gut gemacht 4 Pfannkuchen Das weiß ich Ach der hat was reingestellt Fuck Okay war nur Speckkuchen Hä hab ich nichts großes verpasst Er war trotzdem ärgerlich gewesen Falls Wenn Doch Sag ich schon noch neu Ereigniskalender Der neue Ereigniskalender da Woche 14 Ist dir das? Ne ist er nicht Okay 4 Tage für eine Schiffaufgabe Das ist lang Aber auf jeden Fall Auch mal möglich Wenn man richtig Pech hat Dann kann man echt lange für so eine Schiffaufgabe brauchen Der Tani Komm wir mal die Kauten voll hier Lol was ist das für ein Leck? What a Leck Da muss ich ja nicht lange suchen Okay Butter hab ich leider nicht No Butter Ich bin auf eigentlich was Gutes drin No Wow wie viele Ecke Ich hab' ich einfach abschicken kann ey Was ist los hier? Wir gehen mal zu Greg Ich möcht's nicht vergessen Okay Nichts besonderes Aber ich hab's nicht vergessen Jau Er stellt immer mal Bretter rein Okay Okay Jetzt ist Ende im Gelände Auf to start Okay Dann brauche ich also ein Eiersandwich noch für Direkt bedienen Direkt bedienen die Dame Direkt Direkt Den kann ich ja nicht bedienen Schade Blub 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 Ja ja Dröte du mal vor dich hin Und zehn Leute von Magus Eine Säge Eine Säge Also gut Die passt genau In meinen Bestand rein Boah Wie der rumtrötet Wie der rumtrötet Wie der rumtrötet Das war ja nicht gut Ich brauche ja noch welche Drei Mal schon mitzählen Vier Ach wohl Brauche ich nicht Mal sowieso nach unten Ich muss sowieso nach unten Also mir hat das sowieso nichts gebracht Weil ich hatte ja noch nicht alle einzelnen durch Hätte ich mich sowieso Dann nochmal unten vergewissern müssen Weil ich hätte ja noch vorher noch welche gehabt Oh ich treffe das nicht Ich Treffe Das nicht Ach man Ist ja Wohl Nicht War Lebensmittel 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 Wie oft ich Die Dinger nicht treffe Oh jetzt haben wir es Geil Ja Esst das erstmal Esst euch satt Okay der braucht auch Gnocchi mach ich gerade Der Gnocchi Ich muss mir die Eiersandwiches Das nächste mal holen Kann ich nämlich zwei Leute hier befriedigen Zwei Leute befriedigen Auf einem Schlag Das muss man erstmal schaffen Oh Ah er hat befriedigen gesagt So ein Lümmel Was braucht die denn Ich will gar nicht mehr spenden Er hat auch hier eine tote Farm Alles Fratze Alles Fratze Kann ich mal die Hühner ernten Müsste ich ja jetzt auf Fünf Aufkommen Genau Was will die denn Ach die will decken Einer versafft hat ich auch gehabt Mal kurz hier über 100 noch Was die so im Shop haben Kauf mal die Glotche Die Glotche Nicht die Glotche Die Glotche Verbindung läuft Oh ist ein Kartenteil Irgendwie richtig selten Ich brauch's ja zwar nicht Aber Oh dadurch kann ich wieder Bergbau Sachen sparen Das ist gut Das ist gut Ich will mal was hier hin Obwohl Mäu Mäu Gucken wir noch Ja Vision Bitte Und die Carrots sind fertig Ja nice Die Rosen Produzieren wir Rosen Und Sonnenblumen Es ist nicht viel Eigentlich ist das keine gute Taktik Alles mit Eins zu machen Aber man hätte alles mit Zehn machen müssen Weil wenn einer Zehn braucht Dann kauft der auch alle Logischerweise Weil wenn einer mal So wie ich Ja ich kauf ihm mal Zehn Dann kauf dir das alles weg Wenn du einfach Zehner Packs machst Nein Nein Schiebung Was ist das Ich kauf dir einfach tausend mal Ich hab gleich Zehn Millionen Bolzen Gib mir die Bolzen Gib sie mir doch endlich Please Please Bolzen Nein Die wollen nicht kommen Was ist das Ach man Bolzen Ja Kommt jetzt Nein Scheiße Bolzen Please Nein Nein Ich hab sie nicht bekommen Das hätt ich noch nicht ganz verstanden Oder Wenn ich will was Es wegkommt Dann will ich erst recht Kein Einer Packs machen Ach man das Bolzen Das war so verbuggt Traurig 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 Okay Leute Ich bedanke mich fürs Zusehen Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und ich hoffe ihr Ähm Genießt morgen den Montag Und habt Spaß In der Schule Oder auf der Arbeit Je nachdem Oder in der Uni Je nachdem Was ihr macht Und wo ihr seid Und wir sehen uns Im nächsten Video wieder Haut rein Und Ciao